was haben wir denn jetzt den enis lobbyark der kommt als nächster da bin ich mal sehr 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 gespannt vor allem auf den kampf mit der CP9 das wird sicherlich unterhaltsam Lysop reißt der Faden ein Kampf in der Stadt des Wassers Technik Typ Kampf Stil Technik Typ Eigenschaft das nutzen von X während eines Sturmangriffs führt einen Angriff auf alle gegner umgebung aus und zieht sie zu dir na dann schauen wir mal was harsch wie immer der Zorro oh wer ist denn da was Was habe ich mit mir gemacht? Ich habe nicht vergessen, was ich? Hey, du wirst! Ich habe nichts mehr gemacht! Nein, ich habe mich verletzt, dass ich mich verletzt habe. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich mit einem仲間. Was? Oh je, mir die Gesichter. Ich habe mich mit einem Schuss zu verletzen. Ich habe mich mit einem Porniagryf. Ich habe auch das erwartet. Aber, dass du mich verletzt hast. Das ist deine Schuld. Ich habe noch nicht vergessen. Ich habe mich nicht mehr, dass ich zu Hause. Also, du wirst dich im Porniagryf. Ach so, das ist doch nicht. Das ist nicht so. Das ist doch gut. Das stimmt. Ich habe dich. Ich meine, ich worry, das ist kein Schuss, also. Ich habe mich so, dass du dich an, dass du dich in den Reinhardt hast. Was ist das? Wir haben uns noch einen Rufi-Lufi. Wir haben uns einen Rufi-Lufi-Lufi-Lufi-Lufi. Ja, ne, so weit bin ich noch nicht. Ich habe mir jetzt gesagt, ich werde jeden Tag einen ARC spielen. Da bin ich auch noch ein bisschen was für den Gamer. Nicht wundern, wenn das Spiel bei mir ein wenig anders aussieht als bei dir, als wenn du einmal hier und da komische Farben oder sowas entdeckst. Ich habe über dem Spiel noch ein Overlay drüber gelegt, damit es ein bisschen Color Grading mäßig ein bisschen die Farben ändert. In den meisten Fällen sollte es gut aussehen, einfach die Farben ein bisschen kräftiger herausstechend und sowas, ein bisschen mehr Kontraste. Kann aber auch mal sein, dass die eine oder andere Farbe nicht mehr hundertprozentig übereinstimmt. In dem Moment ist er plötzlich die Rufi-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. So... Du bist ein großartiger Fynn-Oberkopf! Ich habe gesagt, dass ich das auf der Sitzung des Fynn-Oberkopfes habe, dass der Fynn-Oberkopf der Fynn-Oberkopf ist, dass der Fynn-Oberkopf ein wenig zu verhindern. Da gibt es nachher die traurige Szene mit der Flying Lamp. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ein guter Gericht! Verletzt dich, um einen neuen Fynn zu kaufen! Ich bin der Fall, der ich mich nicht mehr überraschend bin. Ich bin der Goying-Merry-Goy. Ich bin der heute schnellst du aufgerissen. Ich kann mich nicht mehr überraschend sein. Ich bin der Fall, wenn ich mich nicht mehr überraschend bin. Ich bin der Fall, dass du dich nicht mehr überraschend bist. Sehr gut. Oh je, der Kampf gegen Lysop, äh mit Lysop. Hol dir die gestohlene Reparaturgebühr der Flying Land zurück. Das nehmen wir auch mal mit, das nehmen wir mal mit, bisschen Leben kann nie schon, das ein bisschen was, das ein bisschen was, das ein bisschen was, damit er nicht ganz so hart auf den Sack bekommen, bisschen Verteidigung, noch ein bisschen mehr Leben, hmmm, ja kommt nehmen wir das hier noch mit, und das hier noch mit, ja das sieht doch schon mal gut aus. So, ähm, dann gucken wir mal, also erkannt die Shurikenbombe, aha, Feuer, Regenhölle, Lysops Feuer, Sternzeit und Schlafstellen, ja, wir bleiben jetzt erstmal mit den Standardfähigkeiten, die andere gucken wir uns dann mal später an, wir wollen ja alle sehen. ähm, das finde ich eigentlich immer gut, dann nehmen wir noch das hier mit, und ein bisschen mehr Geld. Und los geht's. Lysop spielt sich Schmutz, haha, ja, das glaube ich. Also für mich spielt sich bisher Zorro am geilsten, also ist auf jeden Fall mein Lieblingscharakter zum Spielen, muss ich ganz klar sagen. Boinkity 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 boink. Oh oh. Oh oh. Ach, Chopper sieht einfach so niedlich aus. Boah, ich freu mich auch schon mega mit Franky zu kämpfen, das wird bestimmt auch der Hammer. Super. So, und laufen weg. Dann gucken wir mal, was er drauf hat. Okay. Ist das jetzt einfach eine blöde Rauchbombe oder was? Oh Gott. Technik-Typ voller Kraft Burst. Ah, ja, okay. Wow. Äh, ich stelle da jetzt einfach ein Fass auf und das hat nichts gemacht. Wie dumm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, demnach, Fähigkeiten sind echt behindert. Und tschüss. Robin wurde ausgeschaltet. Was? Alter, der kann ja... Was ist denn das hier? Okay. Hä? Kann ich das hier... Ah, okay. Oh nein. Oh mein Gott. Also, das ist so spielst du hier echt nicht lustig. Mach doch so kommen Schaden. Und diese Rauchbombe habe ich auch nicht gebildet, was sie bringen. Hä? Ich will wieder zerrohen. Oh Gott, ich brauche schon eine volle Kraft, dass du mit überhaupt irgendwo zu Potti kommst. Hau nicht ab. Mann. Lissob ist eh schneller. Das Einzige, was er kann, Rennen. Was ist denn? Was ist der? Hau ab! Alter, warum rennt der weg? Boah! Hau ab! Äh, kommt der echt nicht klar? Hau ab! 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 Frenkie Frenkie 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 Das ist sie 34 Franky, der von Franky Na da könnte ich mit dem halt echt nichts machen außer X drücken Oh jetzt haut er ab Alter, der macht mich echt kalt Verbrenne jämbelig Äh Oder auch nichts Aua Boah Boah Huh, ich hab ihn besiegt Was? Hä? Ich hab gedacht, ich muss ihn jetzt nochmal besiegen Okay, nein, er hat mich besiegt Ich bin nicht mehr Ich kann mich nicht mehr Ich kann mich nicht mehr Ich kann mich nicht mehr Moment mal, Hornsopp Ich werde das ganze Haus Das war's für heute. Ja! Ich glaube, ich habe es zugegeben. Oh, du bist so gut. Ich bin jetzt, ich weiß, was ich wirklich nicht wissen. Wenn Fränky und die Arten aufbauen, dann wurde es noch nach dem Anfänger getrennt. Hey! WSOP-Leute, jetzt habe ich es geschafft. Soll ich zurück in den船? Lüffi! 船? Ent? Das war's für mich. Das ist ja nicht so. Ja, was denn? Warum? Ich weiß nicht, was ich nicht mehr so sagen? Ich weiß nicht, was ich nicht mehr so sagen. Du bist... Ich weiß nicht, was ich nicht mehr so sagen. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre alt, ich bin immer noch ein paar Jahre alt. Du bist, du bist so, als ich hier so einen und du bist, als du? Dann, du kannst dich nicht mehr. Du bist ja nicht mehr, Fynnigungsverteidiger. So, was du? Was ist das? Ich bin mir nicht mehr, Kommerkner. Das ist mir, ich bin. Ich werde jetzt noch was, was du, was du? Ich bin nicht mehr, was du? Ohohohohohohoh Ach okay, das war Sanji. Ich weiß auch, dass ich das auch. Ich habe keine Ahnung, dass ich nicht mit meinen Schenken versuche. Ich werde... ... diesen Schenken verletzen. Ich bin sicher, dass das船 ist. Ich bin es für euch. Ich bin es für euch. Ich bin es für euch. Wir werden es für euch. Fonky de me! Ich bin es für euch! Entschuldigung!